Bei der Vorbereitung auf meine heutige Botschaft hatte ich das deutliche Gefühl, ich solle mit den jungen Damen und jungen Männern sprechen. Ich wende mich aber auch an alle, die einmal jung waren, auch wenn sie sich vielleicht nicht mehr daran erinnern können. Und ich wende mich an alle, denen unsere Jugend am Herzen liegt und die ihnen ein erfolgreiches Leben wünscht. Aber für euch, die ihr zwischen 11 und 18 Jahre alt seid, habe ich heute eine Botschaft direkt von eurem Erretter Jesus Christus. Meine lieben Freunde, wenn der Erretter jetzt hier wäre, was würde er euch sagen? Er würde euch zunächst einmal sagen, wie sehr ihr euch liebt. Selbst wenn er das nicht mit Worten ausdrücken sollte, würde allein seine Gegenwart, diese Liebe so stark ausstrahlen, dass sie euch tief ins Herz dringt und eure Seele durch und durch erfüllt. Nun sind wir aber alle unvollkommen und so mögen euch vielleicht Fehler einfallen, die ihr einmal gemacht habt, Augenblicke, in denen ihr einer Versuchung nachgegeben habt oder Dinge, die ihr lieber gelassen hättet. Der Erretter würde das spüren und er würde euch Zuversicht geben mit Worten, die er in den Heiligen Schriften gesprochen hat. Fürchtet euch nicht, zweifelt nicht, habt Vertrauen, euer Herz lasse sich nicht verwirren. Ich glaube nicht, dass er eure Fehler beschönigen würde. Er würde sie nicht herunterspielen. Nein, er würde euch ermuntern, umzukehren, eure Sünden hinter euch zu lassen und euch zu ändern, damit er euch vergeben kann. Er würde euch daran erinnern, dass er vor 2000 Jahren diese Sünden auf sich genommen hat, damit es euch heute möglich ist, umzukehren. Dies gehört zum Plan des Glücklichseins, mit dem uns unser liebevoller Vater im Himmel beschenkt hat. Jesus könnte euch erinnern, dass die Bündnisse, die ihr bei der Taufe gemacht habt und die ihr jedes Mal erneuert, wenn ihr vom Abendmahl nehmt, eine besondere Verbindung zu ihm herstellen. In den Heiligen Schriften wird diese Art von Verbindung als gemeinsames Joch beschrieben, damit ihr mit seiner Hilfe jede Last tragen könnt. Der Retter Jesus Christus möchte euch spüren und wissen lassen, dass ihr durch ihn stark seid, dass ihr mit seiner Hilfe alles erreichen könnt, dass euer Potenzial grenzenlos ist. Er möchte, dass ihr euch selbst so seht, wie er euch sieht. Und diese Sichtweise unterscheidet sich ganz erheblich von der Sichtweise der Welt. Der Retter würde euch in klaren Worten verkünden, dass ihr eine Tochter oder ein Sohn des Allmächtigen Gottes seid. Euer Vater im Himmel ist das herrlichste Wesen im Universum, erfüllt von Liebe, Freude, Reinheit, Heiligkeit, Licht, Gnade und Wahrheit. Und er möchte, dass ihr eines Tages alles erbt, was er hat. Aus diesem Grund seid ihr hier auf der Erde, um zu lernen, zu wachsen und Fortschritt zu machen und zu werden, wozu der Vater im Himmel euch erschaffen hat. Um dies zu ermöglichen, sandte er Jesus Christus als euren Erretter. Das ist die Absicht hinter seinem großen Plan des Glücklichseins, seiner Kirche, seinem Priestertum und den Heiligen Schriften. All das gehört dazu. Das ist eure Bestimmung. Das ist eure Zukunft. Das ist es, worüber ihr in diesem Leben entscheidet. Im Mittelpunkt von Gottes Plan für euer Glücklichsein steht eure Entscheidungsfreiheit. Natürlich möchte der Vater im Himmel, dass ihr euch für ewige Freude mit ihm entscheidet. Und er wird euch helfen, dies zu erreichen. Aber er würde es euch niemals aufzwingen. Er lässt euch also die Wahl. Wollt ihr Licht oder Finsternis, Gutes oder Böses, Freude oder Elend, ewiges Leben oder geistigen Tod? Das klingt nach einer einfachen Entscheidung. Aber irgendwie scheint dies hier auf der Erde komplizierter als gedacht. Das Problem ist, dass wir die Dinge nicht immer so klar sehen, wie wir es uns wünschen würden. Der Apostel Paul vergleicht es mit einem Spiegel, in dem man nur verwischte Umrisse sieht. In der Welt herrscht viel Verwirrung darüber, was richtig oder falsch ist. Die Wahrheit wird verdreht, damit Böses Gut und Gutes Böse erscheint. Doch wenn ihr ernsthaft nach der Wahrheit sucht, ewiger, unveränderlicher Wahrheit, werden eure Entscheidungen wesentlich klarer. Ja, ihr begegnet immer noch Versuchungen und Prüfungen. Es geschieht immer noch Schlimmes, Verwirrendes, Tragisches. Aber ihr kommt damit besser zurecht, wenn ihr wisst, wer ihr seid, warum ihr auf der Erde seid und wenn ihr Gott vertraut. Wo aber ist Wahrheit zu finden? Ihr findet sie im Evangelium Jesu Christi. Und die Fülle dieses Evangeliums wird in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gelehrt. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr vor einer wichtigen Entscheidung steht, sind Jesus Christus und sein wiederhergestelltes Evangelium die beste Hilfe. Wenn ihr Fragen habt, sind Jesus Christus und sein Evangelium die beste Antwort. Wenn ihr euch schwach fühlt, ist es Jesus Christus, durch den ihr stark werdet. Er gibt den Müden Kraft und erfrischt denigen, die sich kraftlos fühlen. Wer auf den Herrn hofft, wird durch seine Kraft gestärkt. Um euch zu helfen, den rechten Weg zu finden und die Lehre Christi zur Richtschnur in eurem Leben zu machen, gibt es die Broschüre für eine starke Jugend. Seit über 50 Jahren lassen sich Generationen von Jugendlichen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage von den Prinzipien in dieser Broschüre leiten. Ich habe sie immer bei mir und gebe sie jedem, der sich für unsere Lebensweise interessiert. Für eine starke Jugend wurde nun überarbeitet und aktualisiert, um den Herausforderungen unserer Zeit besser gerecht zu werden. Die Neuausgabe, die diesen Monat in vielen Sprachen erscheint, wird euch eine äußerst nützliche Hilfe bei euren Entscheidungen im Leben sein. Besorgt euch euer eigenes Exemplar und einige mehr für eure Freunde. Für eine starke Jugend gibt es auch online. Der Untertitel von Für eine starke Jugend ist Ein Wegweiser für Entscheidungen. Um es gleich ganz deutlich und klar zu machen, bei euren Entscheidungen ist der beste Wegweiser, den ihr haben könnt, Jesus Christus. Durch Jesus Christus seid ihr stark. Der Zweck von Für eine starke Jugend besteht darin, euren Blick auf Christus zu lenken. Für eine starke Jugend vermittelt euch ewige Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi, dass ihr Kinder Gottes seid und dass ihr mit Gotteskraft alles erreichen könnt. Für eine starke Jugend hilft euch, wie ihr auf der Grundlage dieser ewigen Wahrheiten rechtschaffende Entscheidungen treffen könnt. Ihr müsst auch wissen, was für eine starke Jugend nicht leisten kann. Es nimmt euch Entscheidungen nicht ab. Es gibt euch nicht bei jeder Entscheidung ein Ja oder Nein vor. Es befasst sich vielmehr mit den Grundlagen für eure Entscheidungen. Es geht auf Werte, Grundsätze und Lehren ein und nicht nur auf einzelne Verhaltensweisen. Der Herr hat uns durch seine Propheten schon immer in diese Richtung geführt. Präsident Nelson empfiehlt uns eindringlich, unsere geistige Fähigkeit Offenbarung zu empfangen und auszubauen. Er lädt uns ein, auf den Herrn zu hören und ihm auf edlere und heiligere Weise nachzufolgen. Auf ähnliche Weise lernen wir auch jede Woche nach dem Lehrplan, komm und folge mir nach. Für eine starke Jugend könnte sicherlich lange Listen mit Kleidung enthalten, die ihr nicht tragen solltet, mit Ausdrücken, die ihr nicht gebrauchen solltet oder Filme nennen, die ihr nicht anschauen solltet. Aber wäre das in einer weltweiten Kirche wirklich hilfreich? Würde so eine Herangehensweise auch wirklich darauf vorbereiten, ein Leben lang Christus besser nachzufolgen? Joseph Schmidt hat gesagt, ich lehre sie richtige Grundsätze und sie regieren sich selbst. Und König Benjamin hat erklärt, ich kann euch nicht alles sagen, wodurch ihr Sünde begehen könnt, denn es gibt mancherlei Mittel und Wege, selbst so viele, dass ich sie nicht aufzählen kann. König Benjamin sagt weiter, aber so viel kann ich euch sagen. Habt Acht auf euch und eure Gedanken und eure Worte und eure Taten und beachtet die Gebote Gottes und bleibt im Glauben an unseren Herrn fest, selbst bis ans Ende eures Lebens. Ist es falsch, Regeln zu haben? Natürlich nicht. Wir alle brauchen sie jeden Tag. Aber es ist falsch, den Blick nur auf Regeln zu richten, statt auf Jesus Christus. Ihr müsst wissen, warum und wie etwas gemacht wird und ihr müsst stets die Folgen eurer Entscheidungen bedenken. Ihr müsst euer Vertrauen in Jesus Christus setzen. Er wird euch den richtigen Weg weisen. Durch ihn seid ihr stark. Für eine starke Jugend verkündet, beherzt die Lehre Jesu Christi. Sie fordert euch klipp und klar auf, eure Entscheidung an der Lehre Jesu Christi auszurichten. Und sie beschreibt unmissverständlich die Segnungen, die Jesus Christus allen verheißt, die seinem Weg folgen. Präsident Russell M. Nelson hat gesagt, wenn es ihr größter Wunsch ist, Gott in ihrem Leben siegen zu lassen, erleichtert das viele Entscheidungen. So viele Probleme sind dann keine mehr. Sie wissen, wie sie sich kleiden und geben sollen. Sie wissen, was sie sich ansehen und was sie lesen, wo sie Zeit verbringen und mit wem sie Umgang pflegen können. Sie wissen, was sie erreichen wollen. Sie wissen, was für ein Mensch sie wirklich werden wollen. Jesus Christus hat sehr hohe Maßstäbe für seine Nachfolger. Und die Einladung, ernsthaft seinen Willen zu erforschen und nach seinen Wahrheiten zu leben, ist der höchste Maßstab, der möglich ist. Wichtige Entscheidungen im zeitlichen wie im geistigen Bereich dürfen nicht allein auf persönlichen Vorlieben beruhen oder darauf, was gerade in Mode oder allgemein üblich ist. Der Herr sagt nicht, tu, was du willst. Nein, er sagt, lass Gott siegen. Er sagt, komm und folge mir nach. Er sagt, lebe auf heiligere, edlere und reifere Weise. Er sagt, halte meine Gebote. Jesus Christus gibt uns das vollkommene Beispiel und wir bemühen uns, mit der ganzen Kraft unserer Seele ihm nachzufolgen. Meine lieben Freunde, wenn der Retter heute hier wäre, würde er euch seine endlose Liebe bekunden und sein völliges Vertrauen in euch. Er würde euch sagen, dass ihr es schaffen könnt, ein freudevolles, glückliches Leben aufzubauen, weil Jesus Christus eure Stärke ist. Ihr könnt euch jetzt und auf ewig bei ihm gut aufgehoben fühlen. Ihr könnt Zuversicht, Frieden, Sicherheit und Glück ernten. Denn all dies findet ihr in Jesus Christus, in seinem Evangelium, in seiner Kirche. Darüber lege ich als Apostel des Herrn Jesus Christus Zeugnis ab und gebe euch in tiefer Dankbarkeit und Liebe für euch meinen Segen. Im Namen Jesu Christi. Amen. My dear friends, let me repeat, if the Savior were standing here today, he would express his endless love for you, his complete confidence in you, he would tell you that you can do this. You can build a joyful, happy life because Jesus Christ is your strength. You can find confidence, peace, safety, happiness, and belonging now and eternally because you will find all of it in Jesus Christ, in his gospel, and in his Church. Of this I bear my solemn witness as an Apostle of the Lord Jesus Christ and leave you my heartfelt blessing in deep gratitude and love for you, each one of you, in the name of Jesus Christ, amen. 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 Amen.